Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Unser Terrassenprojekt geht weiter. Nach einer kleinen Pause hatten wir euch ja bereits gezeigt, wie wir unser Fundament gemacht haben bzw. die Bodenplatte. Hier sehen wir noch einmal die fertige. Und nun soll es weitergehen. Wir müssen die Bodenplatte abdichten. Dafür wird als erstes die Fläche gereinigt. Wir wollen die Platte sowohl einmal von unten gegen drückendes Wasser als auch von oben eindringendes Wasser schützen. Dafür verwenden wir eine Einkomponenten-Dichtschlämme. Nach dem sorgfältigen Reinigen sollte die Fläche gut mit Wasser benäst werden, damit der Untergrund nicht mehr so stark saugt. Zusätzlich zum Bewässern verwenden wir jetzt hier auch noch den Superhaftgrund aus der gleichen Serie von MEM, einfach um eine gute Verbindung zwischen den beiden Untergründen zu gewährleisten. Dieser wird einfach in den Eimer gegeben, vorher gut durchgeschüttelt und danach kann er mit ein bisschen Wasser verdünnt werden. Aufgetragen wird er einfach mit einem Quast. Wenn wir fertig sind mit dem Auftragen, muss dieser ungefähr ein bis zwei Stunden trocknen und dann können wir schon weitermachen mit der eigentlichen Dichtschlämme. Je nach Temperatur muss man mehr oder weniger Wasser dazugeben. Wir hatten eine recht hohe Sonneneinstrahlung, deswegen haben wir ein bisschen mehr Wasser mit dazu gegeben, damit er nicht so schnell einzieht. Das Verteilen war wirklich einfach und durch die Färbung konnte man noch gut erkennen, wo man schon war und wo man noch nicht war. Wir haben das Ganze großzügig verwendet, da wir den Rest auch nicht mehr benötigt haben, haben wir die ganzen fünf Liter dafür auch verwendet. Die eigentliche Dichtschlämme ist hier eine Einkomponenten-Dichtschlämme. Es gibt auch zwei Komponenten-Dichtschlämme, die sind meistens aber wesentlich teurer und gerade hier im Außenbereich hat uns das an der Stelle ausgereicht. Dazu hatten wir noch die guten Bewertungen gelesen, deswegen hatten wir jetzt auch hier einfach über dieses Produkt entschieden, das wir bei Amazon erworben haben. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Der Sackinhalt wird komplett in eine Maurerbüt gegeben und dann mit der angegebenen Wassermenge verrührt. Wichtig ist, dass man wirklich das Wasser einigermaßen genau abmisst, da sich die Eigenschaften sonst erheblich verändern können und wir ja wirklich eine gute Verarbeitung von dem Produkt haben möchten, so wie der Hersteller es vorgibt und nicht irgendwie mal zu dünn oder mal zu dick. So war es wirklich hervorragend, wie es auf der Packung stand. So haben wir es auch gemacht. Gut durchgerührt, bis alle Klümpchen verschwunden waren und wir eine homogene Masse hatten. Danach kann man mit verschiedenen Werkzeugen die Dichtschlämme verteilen. Das kann man mit einem Quasten machen, mit einer Glättekelle, mit einem Spachtel, da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben eine größere Glättekelle genommen im ersten Schritt und haben es großzügig auf der Fläche verteilt. Das ganze System wird in zwei Schichten aufgetragen, einmal nass in nass. Das bedeutet, wir haben hier die erste Schicht mit der Glättekelle aufgetragen, was auch sehr schnell gemacht war. Hier haben wir keine halbe Stunde gebraucht für die 24 Quadratmeter. Dann haben wir das ganze eine halbe Stunde bis eine Stunde trocknen lassen oder nur leicht anziehen lassen, bis wir dann die zweite Schicht mit einem Quast darauf verteilt haben. Hier sind wir einfach noch mal nachgegangen und haben uns wieder Stück für Stück vorgearbeitet. Mit dem Quast ist man insgesamt ein ganzes Stück langsamer, aber auch hier ist man noch schnell dabei, so dass man diese Arbeit wirklich einfach alleine machen kann. Es ist ein gutes Heimwerkerprojekt, es hat mir Spaß gemacht. Ich würde jede Fläche wieder abdichten, gerade gegen das drückende Wasser. Ich sehe es in meinem Keller, wo dies nicht passiert ist. Da habe ich immer wieder ein paar kleine Spalten drin, wo ich wirklich Feuchtigkeit sehe. Das möchte ich im Außenbereich hier einfach nicht haben. Am Ende sollte bei starken Regen oder auch bei starker Sonneneinstrahlung die Fläche abgedeckt werden, damit sie gleichmäßig und langsam trocknen kann. Hier haben wir einfach die Plane wieder drüber gelegt, mit etwas Wasser und Steinen beschwert und alles in Ruhe trocknen lassen. Ich bin wirklich von der Verarbeitung des Produkts überzeugt. Es war sehr einfach, das anzuwenden. Es hat mir Spaß gemacht und es ist einfach etwas, was jeder selber machen kann. Daher wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Ich verlinke dir jetzt hier noch einmal ein weiteres Video und falls noch nicht geschehen, lass uns gerne ein Abo da, dann verpasst du keines der weiteren Videos mehr. Und beachte auch unsere Website unter www.gartenzeile.de. Bis zum nächsten Mal.